Die Dunkelheit Wohin hast du uns gebracht? Wir sollten näher am Labor sein Na egal, bitte, hier entlang Na endlich Einsatzbericht Ich bin wohl der Einzige, der es hier runter geschafft hat Ist das nicht toll? Und dem Kratzen hinter den Wänden nach zu urteilen Sollte ich mich besser verpissen Wöste jemand ein Scheibchen? Sollte ich mich besser verpissen? Sollte ich mich besser verpissen? Sollte ich mich besser verpissen? heilige scheiße hallo fiffy sein dass du gerade direkt aus dieser wand gesprungen bist hier sieht einfach nicht total ich aus ich schätze dieses monster wächter arschloch hat das einzige portal zerschmettert wo die anderen typen auch gelandet sind sie haben hoffentlich mehr ausgangsmaterial als das hier ein leckerchen für meinen hungrigen jungen ein kumpel das heißt dann wohl okay das war ja ganz lustig aber was machen wir jetzt okay wir beseitigen ein paar fleischdecke rufen uns ein ich rede mit dir selbst ist ein gutes zeichen aber es fühlt sich an als würde jemand zuhören ich weiß nicht ob mir das gefällt das loch flicken verstanden ich würde nicht knurren ein ganzes leben gesteckt das ist vergiss das leicht schätzchen für mich bist du ein monströses gewehr das ist keine ahnung sieht aber irgendwie nett aus ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ich lasse dich. Was ist das? Ich fange an zu glauben, der Typ kriegt gerne aufs Maul. Schießt ihn in die Fresse, Leute! Ich fange an zu Hause! Ich fange an zu Hause! Insta-kill! Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß! Gefällt dir das? Ich bin... Nur das zählt! Ich bin... 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 Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...